Zurück. Na, hier haben wir noch ein... Awww, ich habe noch nie einen Hotdog-Man gesehen in dem Moment. Chloe und ich haben das Video-Game gesehen und ihn immer immer angeschaut. Als wir in der Ascente waren. Bitte festgehalten Sie das Seat und steigen alle elektronischen Geräte, bis die Plane auf der Garten und auf der Garten. Danke. Wir beginnen unsere Ascente in ein paar Minuten. Es ist ein schönes Tag in San Francisco, mit klaren Skagen und 60 Grad. We hope you enjoyed your trip, and we thank you very much for choosing Pacific West Air. Come fly with us, anytime. Ah, I don't think so. I'm hoping these airline seats get smaller, so I won't have to fly at all anymore. Na. Dr. Wells, mit dem Arraiden. How did you sleep? Hope I wasn't snoring out loud, Max. Just a bit. It's been a tough week at Blackwell. So I hope you'll forgive me. Between Mr. Jefferson and Prescott's, things have been hectic, to say the least. I totally get it, Principal Wells. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes contest. I know I'm not exactly the guy you wanted in San Francisco, but we all want you to have a great experience here. I already am, and we're not even there. Oh, Christ. Another nosebleed? Max, you're not just screwing around with time. Oh, 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 oh. Was jetzt? Huh? Was? Ah, wir haben wieder was verändert. Okay. Langsam ist auch mal eine Aufnahme-Bauser-Morne. Das. Das hat mich vorhin so interessiert, dass ich gleich weitergespielt habe. Nicht, dass mir die Festplatte überläuft. Das wäre... Upsi. Das wäre flödiger auch dazu. San Francisco ist so cool. Und das Galerie ist großartig. So ist das Buffet. Wenn ein Event skimps auf die Food ist, dann ist es ein schlechtes Event. As long as I don't have to eat any caviar. This is your day, Max. You can do whatever you want. I hope you take advantage of your status and talk to as many influential people here as possible. Work the room. I don't know. I feel so weird, like I'm a little kid hanging with the adults. Max, after this week, you are certainly not a little kid anymore. In fact, you're a noteworthy adult being honored by your peers. Now you have to start acting like the photographer you want to be. Hell, I wanted to be in charge of a big school someday. So I started taking charge of things when I was young. Ask my poor classmates. Max, I'm going to eat up that caviar so you don't have to. I better get in there and start schmoozing. You know, I won't always be here to take charge. But you come talk to me, whenever you want. Come on, Max. After everything that's happened, this should be the least scary thing you've ever done. No. Das stimmt allerdings. So, können wir jetzt ab. Hier können wir wieder übernehmen. Wow, Sir Max. You did it. Somehow. I went from the dark room to this gallery. I've been through so many realities in one week. Life is... weird. Haha, ja, das Leben ist seltsam, nicht? Wir reden mal mit dieser netten Dame hier, die so schön vor sich hinten blinkert. Why, good morning. You must be Max Caulfield. Congratulations for your everyday heroes photo. The exhibition is quite impressive. Especially with your entry. Hallo, da bitte ich. Guck mich an. Aha. Da hab ich dich mal angeguckt. Ich bin nicht dein Held. The Zeitgeist Gallery does have a cool history in Frisco. I mean San Francisco. Hab ich mich da rausgeklickt. Was haben wir denn hier ansehen? I need to drop some serious cash in there. So, wir lesen das mal. Metzene und Spenden. Verschenken Sie Kunst. Spenden fließend. Direkt in die Kunstprogramme der Gemeinde. Vielen Dank, Galerie Zeitgeist. Ja, das ist wirklich geistreicher Genuss in Nuss. Äh, Stuss in Nuss. Was haben wir denn hier? Pflanze. Ist das nicht Edgar? Okay, wir gehen hier lang. Laufen mal einen Schritt schneller. Zeitung haben wir Flugblätter. Ich hab jetzt keinen Bock, das ganze Zeug hier zu lesen. Wisst ihr das eigentlich? Wir gehen mal hier lang und reden mal ein bisschen mit den Leuten. Oh, Künstler. Nicht mein Stil, aber die Neon ist eine schöne Repräsentation. Oh, Sch***. Pretentious Alert. Wir reden mal mit denen. Du bist Max Caulfield? Bravo an euren Entry. Ich stehe hier. Ich bin die Art-Creatur von Iris N. Magazine. Und wir würden dich in ein Stück über die Zukunft der Trendsetter in Fotografie beitragen. Ich zeige dir die Details diese Woche, wenn das okay ist. Herzlichen Dank für eure Stück. Der flirrtet mit der und redet mit uns. Oder wie soll ich das jetzt verstehen hier? Meine Nerven. Pff. Der hat mich nicht mal angeschaut, dieser Widerbrust. Da ist der Direktor. Mit dem reden wir noch mal noch nicht. Wir schauen jetzt hier mal weiter um. Hey, Mann, ich bin Künstler. Ich hab einen ganz hässlichen Pulli an. Das sind halt Künstler. Künstler haben immer hässliche Pullis an. Ist euch das mal aufgefallen? Ich weiß, es ist ein bisschen einfacher, aber... Ich finde das hässlich. Right? Der instant Print macht es so zeitlich. Nostalgische Melancholie. Ein Kindeskirr. Wer ist der Artist? Ich denke, es ist für einen Contest. Mann, Mann. Das ist cool. Mann, Mann, Mann. Geht doch nicht. Hab gedacht, ich kann mit ihm reden. Ich kann mit ihm reden. Ich kann mit ihm schützen. Entschuldige. Da steht doch Mann. Kannst du mit ihm reden? Ja, würde ich auch sagen. Bravo. Wo ist denn eigentlich unseres? Wo ist unseres? Hallo, Frau. Kann ich mit dir reden? Frau? Sprechen. Entschuldige, ich wollte dir nur erzählen, wie viel ich deine Fotografie liebte. Ich habe es heute viel gesehen, aber es ist etwas, was körperlich und unterstattet in yours. Ich kann nicht erwarten, zu sehen, viel mehr von deinem Arbeit in der Zukunft zu sehen. Hallo, Entschuldigung, du bist Max Caulfield, oder? Ja. Ja. Sorry, dass du dich beschäftigen, aber mein Name ist Danny Lee und ich bin mit dem Berkley People's Herald. Ich editiere ihre Art-Section und ich totalen Verbrauchstelle. Ich weiß, dass das ganze Ironik-Selfie-Selfie-Selfie ist irgendwie so, aber es ist etwas timelesses über deine Bilder, also ich würde gerne einen Appointment oder Interview mit dich, wenn du eine Chance bekommst. Hier ist mein Auto. So toll, mit dir zu sprechen, Max. Du auch, Danny. Hallo, Hübscher. Hi, und da ist sie, um den Tag zu schützen. Hi. Du hast es gemacht, Max. Du bist ein realer Artist. At least für heute. Ach, das war ein... Wir kriegen schon wieder Nosenbluten. Scheiße. Scheiße, das stimmt jetzt mein Bestes. Oh, das. Das war das auch bevor. Max! Chloe! Hey, are you okay? We lost you there for a second. I'm okay. Uh, jet lag. High altitude. Ja, das meine ich. Oh, you left the ringer off, idiot. Oh, come on. Please answer. Max, holy shit, man. Your vision. It's true. You saw the tornado. It's coming. What? Oh, no. Chloe, where are you? I'm so fucking scared. I'm by the beach. Chloe, can you hear me? Hello? Hello? Arcadia Bay geht unter. Oh, my God. The tornado was real. Oh, I didn't fix shit. Chloe won't die. Arcadia Bay is gonna be destroyed. Ja, aber, was soll man da jetzt machen? Es muss eine Art, um das zu stoppen. Für gut. Okay, das ist Kunst. So, liebe Freunde, das ist Kunst. Schaut's euch an. Ja, es ist imperialistisch, witzig und glorios. Ne, ja, keine Ohren. Keine Ahnung. Chloe kann nicht wieder sterben. Ich glaube, die Kamera kann nicht mehr sterben. Ich habe sie zu retten. Ich glaube, so langsam kann man die gar nicht retten. So, wo ist denn hier ein Lehrer? Eh, Arcadia Bay geht unter. Hallo? Eh, Saufkopf. Eh, du beschussene Alkoholiker. Hallo? Arcadia Bay geht unter. Huhu. Und da frisst du Dövre. Oder Cannabis. Oder was immer das sind. Wie Cannabis und Dövre sind? So ein Scheiß. Hör doch mal auf, dich am kalten Buffet rumzuwurscheln. Du. Müssen wir vielleicht raus? Geht das? Ja, ja. Also es ist ja ruhig da draußen für San Francisco. Es ist ja sehr ruhig. Bitte, nein. Okay, wir kommen nicht raus. Ich muss in Arcadia Bay zu helfen, Chloe. Nicht hier. Ja, brauchen wir wieder ein Foto oder was? Oder müssen wir jetzt die Zeit zurückdrehen? Oder? Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich schaue uns noch mal kurz hier um. Dann drehen wir mal die Zeit zurück bis zum Geht nicht mehr. Aber so langsam habe ich das doofe Gefühl, dass das gar nicht, gar nicht gesund für die junge Dame hier ist. Gott, Kunst. Ich bin ein Kunstbanause. Ich konnte damit noch nie was anfangen. Eh, was muss ich denn hier machen? Dann drehen wir mal die Zeit zurück. Ich kann nicht mehr Zeit aufhören. Ups. Okay. Hm. Sufkop? Können wir noch mal wieder reden? Ah, scheiße. Hä? Okay, die Zeit zurückdrehen ist auch nicht. Ich muss ja wirklich meine Aufnahme bei uns machen. Wie können diese Gallerien hier zu rentieren? Das ist stark hier. Eine Ärztin in Nöten. Könnte man flöten. Ich sitze hier und singe. Das habe ich aber gedacht, das ist ein dünnes Bein. Das ist ein künstliches. Okay. Ich weiß nicht, ob ich diese everyday-Heroes-Picture kaufe. Na, das ist das von uns. Oh, Oma und Enkel. Wie süß. Die Armee. Scheiße Krieg. Oh, meine Contestphoto könnte die einzige Weg, um zurück zu kommen. Ich verstehe nicht. 10. Oktober. Liege es. Äh, Liege es. Ziel. Ich muss auf mein Selfie zugreifen. Ja, das mache ich gleich. Nie wieder eine Zeitschleife. Ich weiß gar nicht, wie ich mit dem Erklären anfangen soll. Ja. Wenn ich zu sehr über die Auswirkungen nachdenke, schmilzt mein Hirn. Wenn ich es beschreibe, klingt es, als sei es jemand anderen passiert. Chloe war so wütend, als wir entdeckten, dass zwischen Rachel und Frank Bauer wirklich was lief. Und sie explodierte einfach. Ich kann nicht mit ihr reden, wenn sie so ist und um ihre Emotionen einen Eierdanz aufführen muss. Sie liebt William die Schuld. Ach komm, ich habe jetzt keinen Bock, das zu lesen. Wir gehen mal zum Selfie-Automat hier. Wohin geht es in meinem Bild? Das ist doch hinten. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber ich bin mir nicht so gut. Hopp, 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 ich schwänzelt über diesen roten Teppich. Das ist kein roter Teppich. Ach, verdammt. Ausschweigeln erst ab 18. Sooo. Excuse me, I'd love to ask you a few questions about your work. Sorry, but... Geh immer nicht öffn. Okay, es geht jetzt nicht mehr. Das müssen wir jetzt wieder so schaffen. Ja, wir haben es. Oh, scheiße. Oh, mein Kopf. Oh, scheiße. Das wird nochmal schlimmer. Was ist jetzt passiert? Es fühlt sich, dass die Realität sich entfernt. Was mache ich mit der Zeit? Das frage ich mich jetzt aber auch. Das kann ja nicht gesund sein. Meine vorige Zeitlinie war so perfekt. Ich werde akzeptieren, dass ich in Arcadia Bay sein muss. Ich muss nur einen einfachen Veränderungen machen, damit ich nicht in San Francisco enden kann. Sehr einfach. Zerreisen. Sorry, San Francisco. Chloe kommt erst. Okay. Ach, diese Zeit manipulieren kann doch einfach nicht gesund sein. Und das sind wir wieder hier. Ach, du Scheiße. Okay, da wird das aber noch frei. Ach, klar, das war zu perfekt. Das durfte nicht sein. Das war ein Ding von der Möglichkeit. Oh, fuck. Gott, nein. Ich bin wieder hier wieder? Ich dachte, ich habe alles verstanden. Was hast du gesagt, Max? Was? Jefferson sollte in der Jäule sein, nicht hier. Jesus. Es ist wie, du bist in meine Klasse. Du bist noch in der Zeit. Du bist noch Es wäre cool, wenn du eine von deinen Patenten Selfies jetzt. Die Transformation zwischen den alten Max und den neuen Max. Anyway. Answerte meine Frage, bitte. Friss Dreck und Krepier. Fick dich. Gefällt mir alles zwei sehr gut. Eat shit and die. Good answer. Good answer. Hey. Dein Nuss ist bleeding. Wahrscheinlich hat dir zu groß eine Dose. Sorry about that, Max. Aber considering you're about to die. A Nussblade is a first world problem. It is a first world problem. It is a first world problem. A Nussblade